Wir sind AHA! Das ist völlig normal, ich mache das immer, wenn ich auf der Stelle komme. Wie fühlt ihr? Wie ist es? Wie ist alles? Alles gut, alles gut. Apart von den Chairs. Habt ihr die Zeit, um die schöne Stadt zu erleben? Spaden, Spaden? Spaden, Spaden! Wir haben hier noch ein paar Stunden, wirklich. Es sieht wirklich gut aus. Warum ist es called Baden, Baden, als opposed zu Baden? Es ist eine sehr, sehr riche Stadt, und sie können auch Baden. Aber sie sind nicht genug genug für Baden, Baden, Baden. Aber nicht genug für Baden, Baden, Baden. Ja, das ist wahr. Das ist die finanzielle Krise. Sie haben nur Baden, 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 Baden. Und ich habe ein paar Musik-Journalisten gesagt. Und sie sagen, es ist die Synthetik-Pup des 80s. Ist das auch was du sehen? Ist es die Synthetik-Pup des 80s? Pup? Ja. Wir sehen uns als Pupf. Wir denken als Pupf. Ich denke als Pupf. Wir haben eine neue Art von Musik gemacht. Und es wird großartig sein. Es ist called Pupf. Spread the word. Vielleicht. Aber die Journalisten immer immer es richtig. Ja. Ja. Es ist wirklich großartig zu haben Sie hier auf der New Pupf Festival. Es ist ein honorer für mich. Sie sehen, es ist so schnell so fast heute, dass es bereits New Pupf ist. Ja. Wir ändern die Graphics. Ja. Eine Minute ago, es war Pupf, und jetzt ist es New Pupf. In Zeiten der Internet, alles verändert sich so fast. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Nein. Wir können das alles weg. Das könnte weitergehen. 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 So, die 80s, die 80s kommen zurück. Die 80s kommen zurück. Die 80s kommen zurück. Do you have any clothing pieces in which you were onstage from 20 Jahre ago? Back in the 80s the clothes were already torn and ripped. There's nothing left. Okay. So the girls ripped it from your body? No. We just wore it until it fell off. Okay. You couldn't afford new clothes. Es ist eine Chance, wirklich. Es ist eine Chance, die du machen. Ich weiß. Let's go back to Puff. Es ist so großartig, dass du einfach sagen, Puff, und alle applaudieren. Das ist so großartig. Was sagst du, Fall? Das ist eine gute Frage. Ich muss mich daran erinnern. Was würdest du noch wissen? Wie ist es? Wir müssen das machen. Es ist toll, nicht wahr? Ich habe eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht traue mich zu fragen. Vielleicht ist es. Es ist ein sehr seriöser Frage. Ich muss es auf die Zuschauer, weil ich nicht die englische Worte wusste. Es ist kolonische Irrigation. Ich habe gelesen, dass auf einer Tour Magne war es, glaube ich Magne was you, dass du eine kolonische Irrigation gemacht hast. Ist das wahr? Ja, eine kolonische Irrigation. Das heißt so viel wie Darmspülung. Das habe ich nicht erfunden. Ich habe es 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 nicht erfunden. Okay, du hast es während der Show. Nein, wir waren in der Zwischenzeit. Ja. Okay. Es ist ein Ort in Polen, außerhalb von Warsaw, und ich würde nicht empfehlen, dass du da bist. Da kannst du etwas tun mit deinem Körper machen, das du nicht wollte. Und ich habe es. Du hast es? Ja. Wie war es? Und er hat einige andere Mitglieder der Band zu tun. Oh! Wie viele andere Mitglieder der Band? Two? Es ist mainly... Er hat mich nicht gefragt. Ich habe es. Es ist ein Spare set von Band-Members die ich kann... ... haben, für Dinge wie das. So, ...diet du... ...enjoy es? Ich habe es, weil... Er hat es nicht gesagt. Okay. Vielleicht... Es war ein bisschen counterintuitive. Okay. Das ist eine schwierige Worte. Ja. Vielleicht kann man das in Baden-Baden auch. Es ist eine gute Stadt für Dinge wie das. Oder du kannst auch neue Nose für die Kinder oder ein Bunches von Botox. Wenn wir die Zeit haben. Ja. Okay. Wir haben eine sehr spezielle Sprache hier in Baden-Baden. Oh! Es ist nicht wirklich German. Es ist Badisch. Und du machst das Konzert in der Special heute, das wir alle freuen, und es wird toll, natürlich. Aber du kannst nicht sagen Guten Abend, was los? No. It works. So... Should we just try it? Because it's good for you. It's good for the image. So... Just have to say... It sounds like you already had the payoff. Yeah, but... But it will even sound better when you say it. Because it's a dialogue. It's a question. Ja, was los? It's a question. It's a question. It sounds like the Badisch people are angry. And... But they're very friendly. They mean it friendly and it means like hello, how are you? What's going on? Nice to meet you. It sounds like you're saying yo, was is los? Yeah, yeah. Was is los? Yeah. Great. Okay. But that's... Deutsch. So... You got lucky there, Morten. It's... Because it's a dialogue. The other one has to give an answer. Perhaps you can try it. The answer is... Most of the time... Sounds more like a cliché in a way. No, it's not a cliché. It doesn't sound like a dialogue. It sounds like a... Phrase. Yes, but... But... If you get asked... If someone asks you, you have to answer. It's polite. We're losing the audience here, guys. Let me just... Speed it up a bit. Wisst ihr, was man antwortet auf diese Frage? Jo, was los? Meistens mit? Ist doch so. Also, korrigiert mich, wenn's nicht so is. Jo, Herr ma auf. Oder? Which is another phrase. It's not a phrase. It's really... They say it. It's... One says... Was los? And then the other... Jo, Herr ma auf. Could you just try it? You know how to say... Wasch los. Wasch los. Wasch los. Jo, Herr ma auf. Herr ma auf. Okay, just try it. Okay. Just try it. You ask. You give the answer. To each other. Yeah, yeah, yeah. You meet in Baden-Baden, you meet Magne. So I'm gonna talk Badish to Magne. Yeah, yeah. Is that what you... Jo, wasch los. Jo, Herr ma auf. So, uh... Tonight, you're gonna... You're gonna... Get the... The Pioneer of Pop Award. A very special award. Every year we give it at the New Pop Festival to... You're definitely the Pioneer of, uh... Fop. Or was it Puff? Have we changed already? It's now Fop? That's not Puffable. That's not Puffable. That's not Puffable. You can't even invent something before it gets changed. It's amazing. I mean, uh... We have to rename that a word. Do you know it? We know this. The Commissar, isn't it? Yeah. Yeah. It's... You promised something. Yeah. This is a very special... eine ganz spezielle Verabschiedung haben Sie uns ja noch versprochen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie es noch wissen. All three of you. All three of you at the same time. Right. I just... That's cheating. Damit der Morten nicht ganz so doof dasteht. Sheena Doug. Okay. Very loud. The audience will love it. Okay. Three, two, one. Sheena Doug. 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 Sheena Doug.